Ich rufe auf Kampf Nr. 2, meine Damen und Herren, laufender Kampf Nr. 39 der gesamten Veranstaltung. Wir gehen in die Altersklasse der Kadetten, ins Papiergewicht, Kampflimitier 40 kg. Und ich rufe in die rote Ecke vom VfL Waldbreiburg, Daniel Merz. Und in die blaue Ecke vom WC Amberg, Viktor Hetzel. Die Kampfdistanz bei den Kadetten beträgt drei Runden vor zwei Minuten. Der Referier der Begegnung ist Sportfreund Norbert Renner vom Bezirk Wittelfranken. Als Punktrichter von dir, Jego Kern, Werner Sisulka, sowie Karl Heinz Wollstetter. Ringfrei, Runde 1. 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 Vielen Dank. 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 ... 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